Wie kann man eigentlich ein Unternehmen in wenigen Minuten mal schnell analysieren, um zu schauen, macht eine weitere, tiefere Analyse Sinn? Und das Ganze heute mal anhand des Beispiels Microsoft. Wir schauen uns acht wichtige Bilanz-GUV-Cashflow-Kennzahlen an, die man eigentlich auf jedes Unternehmen anwenden kann. Gerade jetzt zu Krisenzeiten ist das extrem wichtig mal zu schauen, ob die Unternehmen überhaupt in ein bestimmtes Investmentraster passen. Und alles dazu jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Damit herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs. Erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Wie gesagt, heute Microsoft-Bilanzanalyse. Wir werden uns heute mal wesentliche Kennzahlen anschauen aus dem Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und natürlich auch der Cashflow-Rechnung. Dieser Dreiklang ist wichtig. Ich muss, wenn ich mir auch einen ersten Überblick über ein Unternehmen und über die Finanzkennzahlen verschaffe, immer alle drei Bereiche analysieren. In der Gewinn- und Verlustrechnung erfahre ich viel darüber, wie margenstark ist ein Unternehmen, wie ertragsstark ist ein Unternehmen. In der Bilanz sehe ich ganz, ganz wichtige Themen zur Vermögenstruktur, vielleicht auch zu einem Cashpuffer, den das Unternehmen hat, auch für Krisenzeiten. Und die Cashflow-Rechnung, die ist immer sauberer als die Gewinn- und Verlustrechnung, weil in der Gewinn- und Verlustrechnung immer Positionen sind, die nicht cashrelevant sind. All das wird in der Cashflow-Rechnung sozusagen wieder bereinigt. Und ich sehe in der Cashflow-Rechnung, wie die tatsächlichen Zahlungsströme sind und natürlich am Ende auch, was für uns an die Aktionäre hier fließt. Auch ganz wichtig, das sehe ich nämlich in der Gewinn- und Verlustrechnung auch nicht. Fangen wir an mit dem ersten Punkt aus dem Block Gewinn- und Verlustrechnung. Zinsdeckungsgrad, was ist das? Der sagt nichts anderes aus und jetzt springe ich im Prinzip hier direkt mal in die aktuellen Zahlen von Microsoft. Kann man sich übrigens so runterladen auf der Investor Relations Seite von Microsoft. Der macht nichts anderes als das operative Einkommen ins Verhältnis zu setzen zum Zinsaufwand. Jetzt ist bei Microsoft ein bisschen die Besonderheit, man muss erst mal gucken, wo ist denn hier eigentlich der Zinsaufwand? Der ist ein bisschen versteckt und zwar ist der hier mit drin in dieser Position Other Income bzw. Other Expense, also andere Aufwendungen. Und ja, was steckt jetzt in dieser Position drin? Da bin ich jetzt mal in den Annual Report gegangen, habe mir da mal so eine Detailauswertung gezogen, könnt ihr euch auch ziehen. Und ihr seht, im Prinzip ist dort folgendes wesentlich vereint. Microsoft hat massive Cash-Bestände, die teilweise auch zum Beispiel in Anleihen investiert sind, wo sie eigene Zinsen- und Dividendeneinkünfte rausgenerieren. In 2019 waren das immerhin 2,7 Milliarden US-Dollar. Und hier sehen wir das, was wir eigentlich wollen, nämlich was zahlen die eigentlich an Zinsen fürs eigene Fremdkapital. Und jetzt muss man gar nicht lange rechnen, wenn man allein mal die oberen beiden Positionen nimmt, dann sieht man schon, zumindest jetzt mal hier in 2019 saldiert, dass das eigentlich eine ziemlich ausgeglichene Geschichte ist. Das heißt, all das, was ich an Zinsaufwand habe, kommt gleichzeitig durch Zinserträge wieder rein. Das heißt, das Thema Zinsdeckungsgrad ist für Microsoft kein Thema. Wir sehen es auch hier nochmal im Saldo. Wir haben hier sogar leicht positives Ergebnis in der Position. Aber wir haben natürlich durchaus Unternehmen, bei denen es ganz anders ist. Und zwar, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal sage, ich hätte ein Operating Income von 40 Milliarden und hätte zum Beispiel einen Zinsaufwand von 10 Milliarden, also einen Zinsdeckungsgrad von 4. Wenn jetzt der Gewinn um 90 Prozent einbrechen würde, dann würde natürlich, sag ich mal, der Zinsdeckungsgrad oder die Zinsdeckung nicht mehr ausreichen, um die Zinsen zu bedienen. Das muss doch nicht unbedingt schlimm sein, wenn entsprechende Puffer, Liquiditätspuffer da sind. Aber wenn ich eben bei einer Analyse sehe, dass ein Unternehmen schon zwei, drei Jahre es noch nicht mal mehr schafft, die Zinsen zu verdienen oder gerade mal so die Zinsen zu verdienen, extrem schwierig. Weil auf der einen Seite kann das Geschäft operativ einbrechen und auf der anderen Seite können die Zinskosten natürlich auch steigen. Also schaut da genau drauf, wenn ihr jetzt gerade irgendwie Unternehmen analysiert, gerade jetzt auch in Krisenzeiten, schaut, dass ihr einen sehr, sehr hohen Zinsdeckungsgrad, größer 10, größer 15, vielleicht besser sogar noch habt. Nächster Punkt, die Gewinnmarge. Ja, auch relativ simpel. Wir setzen im Prinzip einfach das operative Einkommen und zwar zeige ich einfach mal die Formel. Also hier seht ihr das Operating Income und das setzen wir ins Verhältnis zum Umsatz. Ja, relativ simpel, das ist mal das Vorsteuerergebnis und ihr seht im Prinzip, dass wir hier Margen von über 30%, 35% haben vor Steuern und nach Steuern um die 30%. Was heißt das jetzt? Also ein Drittel der Umsätze bleibt am Ende als Nettoergebnis hängen und das ist gigantisch gut. Ja, also wenn man das mal mit einem klassischen deutschen Mittelstand vergleicht, da bleiben da vielleicht 5% oder wenn es gut läuft, mal 10% stehen. Also 30% ist einfach absolut outstanding und man sieht halt einfach, in welcher Liga man sich hier bewegt. Die großen Tech-Giganten, die haben diese Gewinnmargen und das ist natürlich extrem gut für uns Aktionäre, weil tendenziell natürlich einfach hier extrem viele Überschüsse generiert werden, die auch dann eben zum Beispiel in Form von Dividenden und Aktienrückkommen wieder an uns ausgeschüttet werden können. Also Gewinnmarge bitte schauen, die sollte möglichst hoch sein. Wenn ihr jetzt mal Unternehmen findet, die bei 15, 20% liegen, ist das auch nicht schlecht, aber wenn ihr jetzt irgendwie ein Unternehmen habt, was die letzten 10 Jahre irgendwie so 5% Gewinnmarge hat, ich würde mich da als Aktieninvestor von fernhalten. Das braucht man nicht, da gibt es bessere und damit werdet ihr langfristig auch besser fahren. Und Gewinnstabilität, ja was meine ich damit? Naja, wie hat zum Beispiel Microsoft in der letzten großen Finanzkrise 2008, 2009 performt? Und ich habe euch mal die alte GOV hier mitgebracht und zwar hier mal die Jahre 2009 und 2008. Und ihr seht schon, ja, Umsatzniveau war damals noch etwas weniger, so rund 60 Milliarden. Und dann hier aber auch schon eine recht gute Quote, eine recht gute Marge. Und wir sehen ja, in 2009 ist es im Vergleich zu 2008 ein bisschen runtergegangen, dass der Jahresüberschuss aber immer noch sehr, sehr solide. Und wir sehen jetzt, wenn wir uns mal hier 2011 und 2010 anschauen, dass es eigentlich schon wieder, ja, massiv hoch ging, sowohl was Topline, also Umsatz angeht, aber auch dann hier Bottomline, also auch das Ergebnisniveau, das Ergebnisniveau wieder, ja, im Prinzip schon vor Krisenniveau erreicht hat in 2011. Und das sind natürlich ganz wichtige Themen. Schauen wir auch mal aufs aktuelle Quartal. Ja, erstes Quartal 2020 im Vergleich zum Quartal 2019. Wenn ich hier mal aufs Nettoergebnis gehe, dann sehe ich ja auch schon, hey, das ist trotz dieser ganzen Corona-Geschichte oder gerade wegen der Corona-Geschichte eben nochmal gestiegen, weil Microsoft natürlich massiv von diesen Digitalisierungstrends, Homeoffice und so weiter durch verschiedenste Produkte profitiert. Also Gewinnstabilität auch in Krisenzeiten ab. Microsoft ist sicherlich ein absoluter Krisengewinner, aber ich sollte eben auch immer nochmal in die Vergangenheit reinschauen, wie es denn da war. Aber diese ganzen Themen, die nützen mir eigentlich nichts, wenn ich denn nicht Wachstum habe. Und zwar Umsatz- und Gewinnwachstum. Warum? Weil wenn ich ein Unternehmen habe, was zwar richtig geile Margen hat, aber seit zehn Jahren mehr oder weniger so das gleiche Umsatzergebnisniveau hat, dann ist das ja irgendwann in der Aktie auch drin. Und die Aktie wird tendenziell nicht mehr steigen. Das heißt, langfristig steigende Aktienkürse nur, wenn auch Umsatz und Gewinne langfristig steigen. Und auch dafür ist hier in diesem Dokument eine schöne Übersicht drin. Und zwar hat Microsoft immer die einzelnen Quartale bereitgestellt, in dem Fall hier seit 2016, also die GOVs. Und ich habe einfach mal mit mir euch mal ein paar Kennzahlen ausgewertet, aber auf Jahresscheibe, die zeige ich mal hier unten. Und zwar, wie war denn das Umsatzwachstum seit 2016? Ja, das war die letzten Jahre hier deutlich über 10%. Und das Krasse ist jetzt, wenn wir uns mal das EBIT anschauen, das war nochmal deutlich drüber, teilweise sogar doppelt so hoch wie das Umsatzwachstum. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass zum einen der Umsatz gewachsen ist, auf der anderen Seite aber auch die Marge nochmal verbessert werden konnte. Ja, warum das jetzt verbessert werden konnte, das ist nicht Thema dieses Videos, ist aber tendenziell natürlich gut, wenn zum einen wir Top-Line-Growth haben, wenn aber auch gleichzeitig noch die Marge verbessert wird. Bei vielen Unternehmen wachsen wir zwar umsatztechnisch, aber die Marge geht vielleicht zurück, sodass wir im Prinzip beim Operating Income mehr oder weniger gleich bleiben oder nur ganz leicht wachsen. Also das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, wenn gleichzeitig eben auch die Marge überproportional noch dann stark wächst, beziehungsweise die Ergebnisse überproportional stark wachsen zum Umsatz. Dann bedeutet das immer, dass die Marge im Prinzip verbessert werden konnte. So, und damit sind wir tatsächlich schon im GUV-Block durch. Das ging schnell, aber das sind so die wesentlichen Themen, die ich mir immer bei jedem Unternehmen ganz schnell mal anschauen würde. Gehen wir jetzt in die Bilanz rein und hier haben wir als Punkt Nummer 5, fünfte Kennzahl die Netto-Finanzverschuldung. So, Netto-Finanzverschuldung, was ist das? Also hier mal die Bilanz von Microsoft zum 31. März 2020 und wir müssen uns für die Netto-Finanzverschuldung erstmal anschauen, wie hoch ist denn eigentlich der Cash, den das Unternehmen hat. Und da haben wir eine Position, Cash and Cash Equivalence, das sind ja diese 11 Milliarden, aber wir müssen selbstverständlich mit dazu zählen, diese Short-Term-Investments, 125 Milliarden. Was ist das? Naja, Microsoft lässt natürlich nicht seine 130 Milliarden Euro oder US-Dollar, die sie haben, in der Kasse liegen oder auf der Bank liegen, sondern wir haben es gerade gesehen, es werden immerhin auch 2,8 Milliarden US-Dollar Zinserträge oder Dividendeneinkünfte erzielt. Das heißt, die legen das Geld auch an und die legen das tendenziell nicht in hochriskante Aktien an, sondern tendenziell in, ja, wahrscheinlich eher Triple-A-Graded-Staatsanleihen oder sowas. Ich habe es jetzt nicht genau analysiert. Auf jeden Fall müssen wir diese 125 selbstverständlich noch mit zur Cash-Position zählen bei Microsoft. Ja, das heißt, wir haben rund 140 Milliarden US-Dollar Cash auf der Aktivseite stehen. Und jetzt gehen wir in die Passivseite und schauen uns die zinstragenden Verbindlichkeiten an. Ja, wir haben hier einen Teil an langfristigem Fremdkapital, was allerdings jetzt die nächsten Monate oder die nächsten ein, zwei Jahre fällig wird. Deshalb ist das hier unter dem Block Current Liabilities aufgeführt. Das sind diese 3,7 Milliarden. Wir haben hier das Long-Term Debt, das eigentliche langfristige Fremdkapital, 62 Milliarden. Und dann habe ich einfach mal noch aus Vorsichtsgründen mit reingenommen. Hier die Operating Lease Liabilities, also Leasing-Verbindlichkeiten, die sind definitiv auch zinstragend, kann man also auch mit reinnehmen. Und Other Long-Term Liabilities. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Mühe gemacht, geschaut, was genau dahinter steckt in dem Fall. Ich habe sie einfach mal noch mit reingenommen, weil ihr seht schon, was passiert denn? Oder wie ist jetzt die Formel? Die Netto-Finanzverschuldung ist gleich zinstragende Verbindlichkeit minus Cash. So, die zinstragenden Verbindlichkeiten, wenn ich diese vier gelben Positionen addiere, dann komme ich hier auf rund 83 Milliarden US-Dollar und mein Cash sind 137 Milliarden US-Dollar. Das heißt, ich habe eine Netto-Finanzverschuldung von minus 54 Milliarden US-Dollar. Was heißt denn das jetzt? Na, das heißt, ich habe de facto keine Schulden logischerweise, weil mein Cash über den Schulden ist, über den zinstragenden Verbindlichkeiten ist. Das heißt, immer wenn die Netto-Finanzverschuldung negativ ist, mit einem negativen Vorzeichen, dann ist das für uns natürlich gut. So ein Unternehmen wollen wir genau haben als Aktionäre, denn das ist natürlich eine extrem komfortable Situation. Das Unternehmen könnte sozusagen mit einem all seine Schulden im Prinzip tilgen und de facto ist Microsoft also schuldenfrei. Das ist eigentlich die Aussage. Immer wenn die Netto-Finanzverschuldung negativ ist, ist das Unternehmen de facto eigentlich schuldenfrei. Und das ist natürlich extrem gut, weil es eben nicht abhängig von Fremdkapital ist, was in Krisenzeiten immer gut ist. So, wie sieht es mit der EK-Quote aus? Wie sieht es mit dem Cash-Bestand aus? Ja, Eigenkapitalquote, habe ich euch hier unten auch mal gerechnet, ist jetzt zum 31.3. bei 40%. Ja, natürlich einfach, man sieht es hier gigantisch, die gigantisch aufgelaufene Gewinne, aber natürlich nimmt Microsoft noch immer viel Geld in die Hand, kauft Aktien zurück. Das wirkt sich tendenziell negativ aufs Eigenkapital aus und auch negativ auf den Cash-Bestand, aber das machen die relativ moderat. Die haben trotzdem massiv gut aufgebaut und von daher Cash-Bestand ist einfach super und die Eigenkapitalquote auch absolut in Ordnung für dieses Unternehmen. Das war es zum Thema Bilanz und jetzt kommen wir schon zum letzten und spannenden Block Cash-Flow. Ja, und was haben wir denn da? Wir haben doch den Free Cash-Flow, liebe Leute, den müssen wir uns immer anschauen. Was bedeutet das denn jetzt? Ja, wir haben eine Net Cash-From-Operations, also wir haben einen operativen Cash-Flow und wir müssen von diesem operativen Cash-Flow abziehen, zwei Dinge in diesem Fall, und zwar die regelmäßigen Investitionen in Sachanlagen, das sind ja diese Additions to Property and Equipment und natürlich auch, ja, hier diese ganzen Themen, in Intangible Assets, also irgendwelche immateriellen Vermögensgegenstände. Und das sind so die Themen, wo wir einfach sehen, ja, hier wurden zum Beispiel 42 Milliarden operativer Cash-Flow erzielt und nur 10 Milliarden oder 11 Milliarden eben, ja, für Investitionen ausgegeben. Das heißt, wir haben, ich habe es hier mal gerechnet, wie ist denn die Free Cash-Flow-Quote, also genau diese beiden Zahlen ins Verhältnis gesetzt, ungefähr 75 Prozent. Also 75 Prozent vom operativen Cash-Flow bleiben als Free Cash-Flow nach Investitionen stehen. Und das ist natürlich gigantisch gut, ja, wenn man das mit der Autoindustrie vergleicht, da haben die auf Konzernebenen, da haben die überhaupt keinen Free Cash-Flow, ja, die weisen mal nochmal einen Free Cash-Flow aus, nur fürs irgendwie Automobilgeschäft oder so, außerhalb dieser ganzen Finanzierungsstruktur. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und das ist genau das, was ich als Langfrist-Investor eigentlich will, dass möglichst hoher Prozentsatz vom operativen Cash-Flow auch nicht am Ende ausgeschüttet wird oder für Aktienrückkäufe verwendet wird. Und wir sehen uns, wie wird der Free Cash-Flow jetzt verwendet. Also wie viel Prozent dieser 30 Milliarden gehen in Aktienrückkäufe und gehen in Dividenden. Und wir sehen, ja, fast alles wird im Prinzip an die Aktionäre zurückgezahlt oder ausgeschüttet. Und das ist genau auch, ja, legitim, weil das Unternehmen hat eben diese hohen Cash-Bestände und warum soll es eben die ganze Zeit jetzt weiter sparen, 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 wenn es keine besseren Investment-Opportunities gibt, dann darf das natürlich auch hier in dieser Größenordnung zurückgezahlt werden an die Aktionäre. Vorsichtig muss man natürlich immer sein, wenn die Ausgaben für Aktienrückkäufe und Dividenden massiv über dem Free Cash-Flow und langfristig über dem Free Cash-Flow liegen, weil dann bedeutet das natürlich, dass Liquidität aufgebraucht wird beziehungsweise dass sogar das Unternehmen vielleicht neue Schulden macht, um im Prinzip uns hohe Dividenden zu bezahlen und viele Aktienrückkäufe zu machen. Und das ist absolut kritisch zu sehen. Das ist jetzt auch vielen Unternehmen auf die Füße gefallen in der aktuellen Krise. Ich sage nur Stichwort Boeing. Schaut es euch mal an. Ja, was habe ich noch hier? Achte Kennzahlen. Ja, Free Cash-Flow-Verwendung. Also das war im Prinzip genau nochmal das, dieses Thema hier. Und von daher, ja, das sind so für mich die wesentlichen Themen. Wir sind tatsächlich schon durch, liebe Leute. und diese acht Kennzahlen, die kann man natürlich wirklich immer bei jedem Unternehmen anwenden und einfach mal schauen, hey, wie sieht das eigentlich bei dem Unternehmen aus? Und bei Microsoft ist einfach das Fazit, ja, gigantisch gut. Also vom ersten Eindruck her wirklich absolut super. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt diese Zahlen einfach in die Zukunft fortschreiben kann oder die Wachstumszahlen aus der Vergangenheit fortschreiben kann. Da muss man natürlich sich anschauen, okay, in welchen Märkten ist Microsoft unterwegs? Wie ist es positioniert? Wie ist das Geschäftsmodell grundsätzlich? Ist das zukunftsfähig? Und so weiter und so fort. All das nicht Thema dieses Videos. Von daher bitte hier auch keine Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie, sondern nur einfach mal meine Herangehensweise. Wie verschaffe ich mir schnell eigentlich in wenigen Minuten oder in einer halben Stunde mal einen Überblick über ein Unternehmen? Weil wenn diese Kennzahlen top sind, dann heißt das zumindest mal, dass das Unternehmen in der Vergangenheit sehr solide gewirtschaftet hat oder sehr gut aufgestellt ist, sehr stark positioniert ist eben am Markt. Und das ist genau das, was ich als Aktionär will, weil das ist am Ende auch langfristig die einzige, ja, ich sage mal, Sicherheit für mich als Aktionär, dass eben das Unternehmen operativ hier gut performt und weiter wächst. Ja, liebe Leute, also von daher, wenn ihr vielleicht auch noch weitere Analysen zu Microsoft wollt, vielleicht auch, wie es in der Zukunft weitergehen kann, vielleicht auch ein bisschen was Bewertungstechnisches zu Microsoft, dann doch bitte gerne einen Daumen nach oben geben, schreibt doch gerne mal einen Kommentar rein, was ihr grundsätzlich von der Microsoft-Aktie haltet oder ob ihr grundsätzlich auch solche Videos, wo ich wirklich mal ins Detail gehe und mal hier sehr, sehr quantitativ eigentlich vorgehe, ob ihr grundsätzlich solche Videos öfter mal sehen wollt. Ich freue mich auf euer Feedback und sage mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.